Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxes. Wir befinden uns wieder in einem Pack Opening. Schauen wir mal. Beim letzten Mal haben wir mit Xavi etc. ein paar interessante Spieler gezogen. Vielleicht bekommen wir dieses Mal wieder einen Inform. Ansonsten lasse ich mich wie immer überraschen, was noch so in den Packs ist. Aber wirklich viel Geiles war bisher nicht drin. Aber naja, bei solchen 7500er Packs ist es halt auch nicht so einfach. Bei nur drei seltenen Karten. Jonathan. Relativ fix, relativ fix. Aber insgesamt nicht so gut. Ja, Berami. Berami erst vor einem Jahr, also zur letzten Saison quasi von SSC Neapel zu Hamburg gewechselt. Lässt sich super geil spielen als ZDM jetzt hier im Spiel. Und ich glaube, er hat damals 3 Millionen Ablöse gekostet. Wechselt jetzt aber schon wieder. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wohin er wechselt. Es könnte sogar sein, dass er direkt wieder zu Neapel zurück wechselt. Auf jeden Fall bekommt, glaube ich, Hamburg nur 2 Millionen. Also haben, glaube ich, Verlust gemacht an ihm. Er ist mir jetzt ehrlich gesagt auch persönlich nicht wirklich aufgefallen in der Saison. Habe also ihn nicht wirklich mitbekommen und keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Spieler war. Aber gut, bei Hamburg. Hamburg hat einfach insgesamt schlecht gespielt. Deswegen ist es generell schwer da als Hamburger Spieler aufzufallen in der letzten Saison. Ich bin echt gespannt auf Hamburg in der nächsten Saison. Ich denke, mit Labbadia haben sie auf jeden Fall den richtigen Trainer. Oh, hallo Gomes. Gomes wollte wohl auch irgendwo hin wechseln, aber man ist sich nicht einig geworden, weil Gomes wohl 5 Millionen Jahres gehalten wollte. Und das wäre wohl irgendwie zu teuer gewesen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, welcher Verein da Interesse hatte. Naja, egal. Auf jeden Fall bei Hamburg. Mit Labbadia haben sie, denke ich, den richtigen Trainer. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er einfach passt. Was ich jetzt so bisher in dieser Vorbereitungszeit von Trainingscamp etc. gehört habe, klang auch alles gut. Scheint auf jeden Fall intensiver und härter zu trainieren. Und das ist, denke ich, wichtig. Sie haben ja jetzt auch Spahic gekauft. Da gab es zwar auch schon wieder so leichte Diskussionen, ob man den überhaupt zulassen sollte in der Bundesliga, nachdem er sich halt geprügelt hat. Da mit den Ordnern bei Leverkusen und dann bei Leverkusen unährentlich entlassen wurde, war halt die Frage, ob er überhaupt wieder in der Bundesliga spielen. soll. Meiner Meinung nach hätte man ihn einfach geltlich etc. höher bestrafen müssen. Und da es ja, soweit ich weiß, auch die erste Prügelaktion von ihm war. Und er ja auch nicht angefangen hatte. Und es ja auch noch irgendwie darum ging, dass wohl Menschen beleidigt wurden. Keine Ahnung. Also natürlich eine scheiße Aktion von ihm etc. Und ich finde halt, wie gesagt, er hätte härter bestraft werden sollen. Aber ich fand er an sich eigentlich diesen Rauswurf von Leverkusen schon mal ziemlich dumm, weil sie halt generell irgendwie zu der Zeit Innenverteidiger Probleme hatten. Dann war Spajic einfach die tragende Figur in der Innenverteidigung. War also einfach sehr gut für das Leverkusener Spiel. Und ich hätte halt, wie gesagt, den Druck von außen da nicht nachgegeben. Ich hätte ihn halt härter bestraft. Und von mir aus für ein, zwei, drei Spiele halt suspendiert. Aber ich hätte ihn halt auf jeden Fall im Kader gelassen. Erstens hat man dadurch Geld verloren, weil er halt einfach keine Ablöse mehr einspielt. Und zweitens ist es einfach ein guter Spieler an der Innenverteidigung. Auch wenn er ab und zu mal seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Keine Ahnung. Man hätte ihn ja aufbürden können, dass er zu irgendeiner Aggressionsbewältigungstherapie gehen muss oder sowas. Hätte er bestimmt gemacht. Und jetzt hat man halt diesen guten Innenverteidiger Spajic verstoßen bei Leverkusen. Und einfach ein anderer Verein, nämlich Hamburg, kauft ihn sich halt wieder. So, und dadurch hat jetzt Hamburg, was natürlich gut für Hamburg ist, einen wirklich sehr, sehr guten Innenverteidiger. Und wenn Hamburg nicht wieder den gleichen Spaß macht wie mit vielen anderen Spielern. Zum Beispiel Van der Vaart, Holtby, dass sie einfach die guten Spieler nach unten ziehen, sodass sie immer schlechter werden. Meiner Meinung nach, als Van der Vaart nach Hamburg gekommen ist, hat er gerade das erste halbe Jahr, also ich glaube die erste Hinrunde war das. Oder haben sie ihn im Sommer geholt und es war eine Rückrunde. Naja, ist egal. Auf jeden Fall hat er halt in der ersten halben Saison hat er halt wirklich sehr, sehr gut gespielt. Dann war er, glaube ich, verletzt. Dann kam er wieder, hat immer noch, also er hat dann nochmal eine gute Halbzeit gespielt. Und dann ging er einfach immer weiter bergab mit ihm, weil wahrscheinlich ihn einfach diese Mantag kaputt gemacht hat. Also nicht die Mantag, sondern das Umfeld. Das Verhältnis in Hamburg und es ist ja auch einfach schwierig zu spielen. Du spielst ständig gegen den Abstieg, du hast ständig Druck von außen, etc. pp. Die sind ja immer schlechter geworden mit der Zeit. Und ich hoffe halt, dass das nicht passiert bei Spaich, dass Spaich halt wirklich der, vor allem Defensive bei Hamburg, die ja wirklich katastrophal war, auch am Ende jetzt, am Ende der Rückrunde, der abgelaufenen Saison, war die Abwehrleistung einfach katastrophal für den Hamburger Sportverein. Sie waren einfach in der Offensive ein bisschen besser geworden und konnten sich damit retten. Und ich hoffe halt einfach, weil ich Hamburg mag, ich finde zwar, sie haben es nicht verdient, erste Liga zu spielen, so wie sie momentan spielen. Sie hätten halt jetzt schon absteigen müssen. Wobei man halt auch immer sagen muss, wer halt den Klassenerhalt schafft, der hat es halt auch irgendwie verdient. Also es gibt zwar immer dieses Glück und Pech und etc. pp. Das sollte klar sein. Aber unterm Strich, wenn die Saison vorbei ist, ich glaube, Bälle lügt nicht, hat es die Mannheit auch verdient. Weil die Mannschaft, die dann deswegen absteigt oder von mir aus die Relegation verliert, die hatte auch schon Spiele, wo sie hätten anders spielen müssen, wo sie Scheiße gespielt haben, wo sie nicht konzentriert waren. Wenn sie in diesem Spiel halt konzentriert gewesen wären und nicht diese dummen Fehler gemacht hätten, hätten sie das Spiel halt nicht verloren oder das Spiel gewonnen und nicht unentschieden gespielt. Und hätten eben dann im Laufe der Saison schon die Punkte gehabt, die sie hätten gebraucht, um zum Beispiel direkt aufzusteigen und eben nicht Relegation spielen zu müssen. Oder um eben nicht abzusteigen aus der ersten Liga, sondern selber in der Relegation zu sein oder eben den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Also natürlich kann es in einzelnen Situationen, in einzelnen Spielen, kann es immer so sein, dass man sagen kann, okay, der Hamburger Sportverein hat es nicht verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Der Hamburger Sportverein hat es nicht verdient gehabt, in der Relegation das und das und das. Das kann schon alles sein. Aber man darf halt nie nur auf eine Situation oder auf ein Spiel schauen, weil jede Mannschaft hat mal Glück und hat mal Pech. Und es geht immer um die insgesamte Saisonleistung. Und wenn Hamburg es schafft, in der Liga zu bleiben, dann liegt es ja nicht daran, dass sich alle anderen zusammen verschworen haben und sagen, wir müssen jetzt versorgen, dass Hamburg in der Liga bleibt und wir lassen die mit Absicht gewinnen oder wir lassen die mit Absicht die Punkte holen. Sondern es liegt dann einfach an der insgesamten Leistung der anderen Spieler, der anderen Mannschaften. Und nur wenn man sagt, Mannschaft XY hat mehr gekämpft in der Saison als Hamburg, ist es noch lange kein Kriterium dafür, dass diese Mannschaft jetzt es mehr verdient hätte. Meiner Meinung nach, mit der persönlichen Meinung kann jeder andere sehen. Aber nur weil eine andere Mannschaft objektiv gesehen mehr gekämpft hat als Hamburg. Es ist ja noch nicht so, dass Hamburg absteigen will oder dass sie keinen Bock haben in der Liga zu bleiben oder dass sie nicht versuchen, das Maximum rauszuholen. Das ist einfach ein schwieriges Umfeld, was dazu beiträgt, dass es schwer ist, da gute Leistungen abzurufen. Aber das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, nur weil man der Meinung ist, dass eine andere Mannschaft im Verlauf der Saison mehr gekämpft hat als Hamburg, haben die es nicht mehr verdient, in der Liga zu spielen. Weil anscheinend hat der Kampf nicht gereicht, um genügend Punkte zu sammeln. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Weltmeister, der Europameister, der Champions-League-Sieger, der DFB-Pokalsieger. Aber es wird auch nicht gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal an, welcher Mannschaft am meisten gekämpft hat in der Champions-League und die wird am Ende zum Sieger geführt. Da brauchen wir ja auch keine K.O.-Spiele mehr, da machen wir nur noch Gruppenspiele ohne Punkte. Dann gibt es irgendein Gremium, die lösen dann am Ende halt auf, wer gewonnen hat, weil dieses Gremium sich alle Spiele angeschaut hat und dann halt überlegt, okay, jeder Mannschaft hat zehn Spiele gemacht und AC Monaco hat zwar jedes Spiel verloren, aber haben insgesamt am meisten gekämpft von allen anderen Mannschaften und deswegen haben wir jetzt die Champions-League gewonnen. Also das gibt es ja nicht. Und jeder Weltmeister, um diese Analogie halt auch auf die Landesmannschaften zu beziehen, jeder Weltmeister der letzten Jahrzehnte, sage ich mal, jeder, wirklich jeder Weltmeister, hatte ein Spiel im Verlauf dieser Weltmeisterschaft, das er gewonnen hat, wo man sagen konnte, oh, das war aber knapp, beziehungsweise, oh, da hätten sie eigentlich verlieren müssen, beziehungsweise, oh, das hätte auch andersrum ausgehen können. Das gleiche war bei Deutschland. Ich freue mich natürlich, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, aber es war nicht in jedem Spiel so, als wir 2014 Weltmeister geworden sind, es war nicht in jedem Spiel so, dass wir da verdient gewonnen haben, beziehungsweise es nicht knapp war, beziehungsweise, ähm, die andere Mannschaft, ah, da ist ja direkt falsch, die andere Mannschaft nicht auch hätte gewinnen können. Ich erinnere an das Algerien-Spiel, wo wir eigentlich nur gewonnen haben, weil wir erstens den weltbesten Torwart haben und Manuel Neuer einfach das Spiel seines Lebens gemacht hat und zweitens haben wir dieses Spiel nicht verloren, weil wir natürlich mehr Ausdauer hatten und dann halt auch in der Verlängerung einfach gezeigt haben, dass wir hinten raus gesehen mit der, mit der Mehr, mit dieser Ausdauer mehr, die wir hatten und dem Spielerischen können, dass wir dann halt über die Verlängerung hinaus, von mir aus, die Verlängerung verdient gewonnen haben. Aber wie gesagt, wenn Manuel Neuer nicht so überragend gespielt hätte, hätten wir wahrscheinlich verloren und natürlich, Manuel Neuer gehört genauso zu unserer Mannschaft, das heißt, wenn wir aufgrund der Tatsache, dass Manuel Neuer so gut gespielt hat, gewonnen haben, dann haben wir ja im Endeffekt auch verdient gewonnen, aber es sieht natürlich immer sehr, sehr gefährlich aus, wenn der Torwart Mann des Spiels ist und dafür sorgt, dass man halt keine Tore frisst und man nicht im Endeffekt gewinnt, weil man fünf Tore schießt oder weil man halt einfach den Gegner überhaupt keinen Ball besitzt lässt, etc. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will und das ist einfach das Ding. Unterm Strich gab es immer so viele Spiele, die dafür gezählt haben, ob jemand in der Liga bleibt oder nicht, dass man nie sagen kann oder man nie so respektlos sein sollte, zu sagen, okay, die Mann hat es nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Und so sehe ich das halt bei Hamburg. Ich bin zwar auch der Meinung, dass das spielerische Niveau, was sie die letzten Jahre an den Tag legen, sehr schlecht war und man sich nicht hätte wundern dürfen oder die sich nicht hätten wundern dürfen, wenn sie abgestiegen wären. Aber im Endeffekt haben sie ja nun nicht das Geschenk bekommen, dass sie in der Liga geblieben sind. Und das ist halt einfach der große Unterschied. Und wie gesagt, ich hoffe halt einfach, dass sie jetzt mit Spahic, mit ihrem neuen Trainer Lavadia und ihren Saisonvorbereitungen, etc. gut klarkommen, dass sie halt einfach nächste Saison wieder anständig spielen. Die müssen ja nicht direkt Top 10 kommen, die müssen nicht direkt Europa League schaffen, nur dass sie halt, keine Ahnung, mal als Zwölfte oder sowas die Liga beenden und von mir aus auch nicht vom ersten bis zum letzten Spieltag letzter sind und dann am letzten Spieltag auf den zwölften Platz rutschen oder sowas. Also einfach mal eine etwas souveränere Leistung zeigen, dass man halt sieht, da bewegt sich was, dass man sieht, da passiert was, etc. pp. und dass halt vor allem diese, ja wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Abwehrleistung besser wird. Weil das ist, denke ich, das Auffälligste. Wenn es Lavadia nicht geschafft hätte in der letzten Saison, wie gesagt, den Angriff zu verstärken und zu verbessern, dann wären sie auch untergegangen. So, genug HSV. Gibt es irgendeinen neuen Spieler, über den wir reden können? Gentner. Das war jetzt ein Deutscher, aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Stuttgart. Ja, Stuttgart waren ja auch fast abgestiegen. Stuttgart, boah, die Mannschaft ist mir nicht, also der Verein ist momentan weder sympathisch noch unsympathisch, also absolute Null. Nicht im Sinne von schlecht, also Null im Sinne von schlecht, sondern ich habe halt keine positiven oder negativen Gefühle und bei denen wäre es mir halt auch egal gewesen, wenn die abgestiegen wären. Ich bin aber gespannt, wie jetzt die nächste Saison so läuft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in der letzten, nee, in der vorletzten Rückrunde hatten sie halt überragend gespielt, da hatten sie aber auch einen überragenden Martin Harnik, der hat halt, glaube ich, ich weiß gar nicht, in der Rückrunde alleine 10 oder 11 Tore gemacht, also das ging ja richtig ab in der Rückrunde. Da hat man ja auch gedacht, ei, 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 wenn sie so nächstes Jahr weiterspielen, dann Europa-Liga oder sowas, aber dann haben sie halt total abgekackt und Scheiße gebaut. Da bin ich auch mal gespannt, was Stuttgart so die nächste Zeit macht. Wenn man sich überlegt, die sind 2009, wenn ich mich nicht irre, war das 2009? Ne, 2009 war Wolfsburg Meister, oder? 2009 Wolfsburg und 2007 Stuttgart, oder so? Egal, die waren auf jeden Fall nach dem Jahr 2000, oder die sind eine dieser extrem wenigen Mannschaften, die nach dem Jahr 2000 Meister geworden sind. Zweimal, soweit ich weiß, der BVB, extrem oft Bayern, also mindestens dreimal, auf jeden Fall noch öfter als dreimal, aber gar nicht die genaue Anzahl. Dann hat er auf jeden Fall einmal Wolfsburg, einmal Stuttgart, und dann weiß ich gar nicht, ob es noch irgendeine andere Mannschaft gab, die abgesehen von diesen gerade eben aufgezählten Meister geworden ist. Und dann, ja, Meister, und jetzt, ein paar Jahre später halt, spielen sie halt schon wieder gegen den Abstieg. Das ist halt schon krass, wie sich das verändern kann. Zeigt aber halt auch, dass Geld alleine keine geile Mannschaft macht, Geld alleine nicht entscheidet, wer gewinnt und wer verliert, weil wer logischerweise Bundesliga-Sieger ist, bekommt ziemlich viel Geld, aufgrund der Tatsache, dass er auch nächstes Jahr dann Champions League spielt, etc. So. Und trotzdem steht Augsburg momentan besser da, steht Augsburg momentan besser da als Aufsteiger, als damaliger Aufsteiger, als das Stuttgart tut. Tja, kann man nichts machen. In diesem Sinne liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Daumen nach oben, damit wir euch loben, euer Pax ist. Macht's gut. Tja,